Moin, könntest du mal ein Video darüber machen, dass die deutsche Version von MV3 seit Season 5 stark zensiert wurde? Es gab nur einmal eine kurze und einmalige Ankündigung, welche anscheinend gar nicht erhalten haben. Alle Kill-Effekte, Waffen-Kill-Effekte und Verstümmelungen aus gekauften Bundles wurden aus der USK-Fassung entfernt. Wird garantiert in Deutschland als Uncut verkauft und mit der Integration von Warzone wieder zensiert, da Warzone seit Season 5 nicht mehr Uncut ist. Hör mal, erwähnst du auch nochmal bitte, dass wir in Deutschland seit neuestem zensiert sind in MV3? Alle Dev-Effeks wurden uns rausgenommen, unsere Bundles und Battle-Pass-Sachen funktionieren nicht mehr. Geht nur für alle MV3-Waffen. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, 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 ich weiß. Großes Thema für alle, die Geld in Call of Duty ausgegeben haben. Und was es damit aufhat, werde ich euch heute erklären. Aber, ihr müsst verstehen, es ist ja in Ordnung, wenn ihr mir Kommentare schreibt über Themen, die ich abarbeiten soll für euch. Und das finde ich ja geil, weil mir das Möglichkeiten gibt, auch mal Content zu machen zu Themen in Call of Duty, auf die ich vielleicht von alleine nicht sofort kommen würde. Aber ihr müsst verstehen, Leute, wir haben allein letzte Woche sechs Videos hochgeladen. Ich habe jetzt gerade Urlaub und habe, nehme mir sehr viel Zeit für die Videos und auch, dass ihr viele Themen abarbeitet bekommt. Ich schaffe natürlich nicht drei Videos pro Tag, das lässt die Zeit nicht zu. Also, manchmal ist ein Thema, auch wenn es aktuell ist, leider erst nach zwei, drei, vier Tagen bei mir im Kopf. Dann verarbeite ich das. Manchmal nehme ich es auf, schneide es am nächsten Tag. Ich muss mich informieren, gerade bei so einem Thema wie jetzt, weil ich mich mit der USK und so nicht 100% gut auskenne. Und ich will hier nicht sitzen und irgendeinen Schwachsinn erzählen, nur damit das Video online ist. Also, heute geht es darum, warum wurde Modern Warfare 3 zensiert? Was ist da los und was bedeutet das für euch, die Bundles gekauft haben mit Zerstückelungseffekten und Hinrichtungen und all den Sachen, die plötzlich einfach weg sind? Und die größte Frage, die sich dabei stellt, warum in Gottes Namen hast du noch kein Like dagelassen und kein Abo und kein Kommentar, wie geil ich heute aussehe oder du heute aussiehst? Also grob, was ist passiert mit Beginn der Season 5, was ja offiziell auch mehr oder weniger der Beginn von Call of Duty im Game Pass war, was es ja auf der Xbox und PC so noch nie gegeben hat, ist ja einmalig alles, was halt auch nur geht durch die Übernahme von Activision und der Call of Duty Franchise bei Microsoft, ist es halt so, dass wir Bundles, Todeseffekte, Effekte aus den Bundles, für die ihr Geld bezahlt habt, Effekte aus den Battle Passen, für die ihr Geld gezahlt habt, nicht mehr verfügbar sind in der deutschen USK-18-Fassung von Call of Duty. Ausschließlich in der deutschen Fassung. Wenn ihr eine österreichische oder schweizerische oder englische oder amerikanische COD-Auflage habt, dann habt ihr all diese Effekte nach wie vor. Und bisher war es so, dass ihr diese Gore-Effekte, so nennt man die, ausschalten konntet in den Settings. Ihr konntet in den Filter einstellen, ob ihr sie sehen wollt, wie viele davon sehen wollt und und und. Diese Möglichkeit, das an- oder auszustellen, haben sie aus dem Menü mit dem letzten Season-Update komplett rausgenommen und viele von euren Bundles, die ihr gekauft habt von eurem Geld, sind mehr oder weniger bis zur Hälfte jetzt im Prinzip nutzlos einfach. Ihr bekommt jetzt einen weißen Screen, einen weißen Screen, ihr seid also gewarnt, geht mit mir rüber. Das Ganze ist ein Entscheid, den nicht Activision alleine entschieden hat, sondern die USK. Und ich musste googeln, was genau die USK eigentlich ist, obwohl wir das alle mit dem Zeichen FSK 18, FSK 16 und so kennen. Und die USK ist nichts anderes als eine freiwillige Einrichtung, also keine verpflichtende Einrichtung. Und die nennt sich Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle ist in Deutschland die verantwortliche Stelle für die Altersfreigabe von Spielen und Trailern. Die USK-Kennzeichnungen finden sich auf Spielen in der Schweiz und auch Österreich ebenfalls. Da für den deutschsprachigen Raum oft nur eine Version produziert wird, sie hat in diesen Ländern, abgesehen vom österreichischen Bundesland Salzburg, da gibt es so eine Sonderregelung, aber keine Gültigkeit und Bewandtnis. Das heißt, die Spielehersteller auf der Welt sind dieser unabhängigen, freiwilligen Selbstkontrolle nicht verpflichtet, halten sich aber in großen Teilen daran und die kann bestimmen, anhand von Inhalten von Games und was für Effekte das hat und wie viel Blut es gibt, wie viel Gemetzel, ob es Organe gibt, die rausbrechen und da gibt es verschiedene Kriterien, was für eine Alterseinstufung ein Spiel bekommt. Und da gibt es dann eben von 0 bis 18. Also sowas wie Mario Party wird wahrscheinlich 0 bis 6 sein, sowas wie Tarkov, Call of Duty ist in der Regel immer 18, es gibt Bluteffekte, Todeseffekte und solche Sachen. Das Ganze hat ein Problem, es gibt immer noch den großen Teil Selbstzensur und da gibt es bei Wikipedia einen extra Artikel darüber und da reden wir jetzt nämlich über Activision. Andererseits wird besonders von Seiten der Spieler kritisiert, dass Herstellern selten in Fällen unter Anwendung von Selbstzensur eine Version ihres Produktes speziell für den deutschen Markt programmieren, um damit eine Verweigerung der Kennzeichnung und derer folgen Indizierung zu entgehen. Die Änderungen umfassen oft die Entfernung jeglicher Darstellungen von, aufpassen, Blut die Beschneidung von Zwischensequenzen bis zur Abänderung der Hintergrundgeschichte. Dass unter der Vorgabe des Jugendschutz dabei solche Produkte abgeändert werden, die sich von vornherein ausdrücklich an ein erwachsenes Publikum richten, Call of Duty und erst zensierte Spiele, die USRK-Einstellungen erhalten, wird als widersinnig empfunden. Absolut deren Meinung, lest es nochmal durch, macht Sinn. Dazu gibt es von Triple Leaks einen kurzen Artikel, den ich euch unten verlinke, der sehr interessant dazu ist, denn hier wird das Ganze nochmal deutlich gemacht. Und zwar, Spieler auf der Xbox können die Region ändern. Wenn ihr eure Region auf der Xbox ändert, auf Österreich oder sonstiges, könnt ihr damit umgehen, dass euch die Effekte weggenommen werden. PC-Spieler können ein Uncut-Patch installieren, so wie wir das früher lange Zeit gebraucht haben, was eigentlich ein Zeichen der Vergangenheit war, was jetzt leider halt wiederkommt durch diese schwachsinnige Regelung. Jetzt kommt aber folgendes Problem. PlayStation-Spieler haben gar kein Glück, was das angeht. Wenn ihr PlayStation-Spieler seid, seid ihr am Arsch. Eure Bundles haben nur noch die Hälfte des inhaltlichen Wertes und ihr kriegt auch keine Erstattung dafür. Das heißt, das, was ihr ausgegeben habt, ist nichts anderes als weg. Ihr seid einem mehr oder weniger unabsichtlichen Betrug auf den Leim gegangen. Eure Kohle wurde euch entsaugt. Euer Portemonnaie wurde geleert. Ob es euch gefällt oder nicht, ist denen relativ egal, um ehrlich zu sein. Jetzt haben halt einige überlegt, ob sie einfach einen neuen Account erstellen, mit Österreich oder schweizerischer Herkunft, und mit diesem neuen Account, wo man die Region von Anfang an ändert, das Game einfach startet. War ja eine gute Idee. Das Problem an dem Ganzen ist, es gibt einen Regen-Log. Was bedeutet, sobald die Xbox, der PC oder die PlayStation realisiert, dass ihr eine IP habt, die nach Deutschland geht, und ohne VPN wird das System das realisieren, könnt ihr selbst mit einer Version, wo es Uncut ist eigentlich, die ganzen Effekte, die ihr gekauft habt, nicht mehr sehen, nicht mehr benutzen. Da kommt ihr so nicht drum herum. Es sei denn, ihr nutzt ein VPN, was auf der Konsole ehrlich gesagt kompliziert ist. Warum die USK das Ganze nachträglich, weil wir haben ja MV3 schon seit Monaten geändert hat, wird hier nur kurz spekuliert, was meiner Meinung nach 100% Sinn macht und mit einem meiner ersten Sätze im Video anfängt. Wir haben Call of Duty mittlerweile im Game Pass von Xbox und PC. Und hier ist, einige aus der Reddit-Community vermuten, dass die Änderung mit der Verfügbarkeit des Spiels im Xbox Game Pass zu tun haben könnte. Allerdings gibt es hierzu keine offiziellen Angaben seitens Activision. Und jetzt passt auf, Leute, jetzt haltet euch fest. Haltet euch fest! Haltet euch fest! Wir haben daher Activision und die USK um eine Stellungnahme gebeten. Unser Kontakt des deutschen Activision-PR-Teams schrieb uns, dass man hierzu keine Informationen mitteilen könne und bat uns um Verständnis. Das heißt, zusammengefasst, da gibt es tausende, über tausende von Spielern, die sich Bettepässe, Inhalte, käufliche Sachen, Bandits und ich weiß nicht, was gekauft haben. Und die Leute haben etwas gekauft, wo ihnen gesagt wurde, was der Inhalt ist. Und in diesen AGBs, wenn ihr genau guckt, steht meistens sowas wie, kann kurzfristig geändert werden und so, also ihr kriegt da nichts zurück, ihr habt da keinen Rechtsanspruch, ihr könnt Activision verklagen, aber das wird euch leider nichts bringen. Was aber Tatsache wirklich schlimm ist, wir haben ein deutsches Activision-PR-Team, wir haben einen Activision-Support für einen AAA-Publisher, für AAA-Entwicklerstudios und Leute werden mehr oder weniger um ihr Geld gebracht. Ich meine, selber schuld, wenn man Bandits kauft, wirklich selber schuld, aber es ist halt trotzdem übel, sie weg sind. Und die einzige Antwort, die man kriegt ist, wir können dazu nichts sagen oder wir wollen dazu nichts sagen, bitte habt Verständnis. Und das Thema ist damit durch. Es hat eine einzige kurze Ankündigung seitens Activision über Twitter dafür gegeben, die ist komischerweise weg mittlerweile. Und das ist der Status, der sich höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht mehr ändern wird. Und das Gleiche kann und wird uns höchstwahrscheinlich für die nächste COD-Version, also Black Ops 6, erwarten. Was das für euch bedeutet, eure Bundles sind zur Hälfte nutzlos, eure Gore-Effekte sind weg, ihr seid am Arsch, ihr könnt nichts daran ändern und Activision gibt einen Scheiß drauf. Kommt euch das alles bekannt vor? Klingt wie Call of Duty seit 5 Jahren. Gefällt euch das? Mir nicht, aber lasst trotzdem Like da.